Bestimmt der Vorrang. Das ist geil. Ihr kommt ja hier gerade aus dem Bumsiland. Ihr seid durstig. Ingrid, wo kommen wir gerade her? Was? Ich auch nicht. Aus dem Bumsiland kommt ihr gerade. Sagst du denn so, wenn du schläfst jetzt mit jemandem, dass du denn sagst, lass uns mal ins Bumsiland gehen? Ja, oder? Ich meine, einer hat ein Zwergitzimmer, du hast ein Bumsiland. Ist doch egal. Ist doch egal. Aber da hat man eigentlich schon keinen Bock mehr, oder? Wenn man sagt, guck, wir fahren ins Bumsiland. Na, ich bleib hier. Fahr allein. Ich find Bumsiland eigentlich auch nicht schlecht, war, Cardi? Einmal ins Bumsiland, auch wenn ihr da Zwerge habt. Ich find das schön, Kaolin. Ich find das toll. Mann, ey, es reicht das aber bald mal hier. Das ist immer so. Sie kennen das ja nicht. Immer wenn ich den Schrank aufmache, dann fällt was raus. Das ist scheiße. Dann kannst du das auch gleich. Dann mach es gleich alles raus. Dann ist alles raus. Dann mach alles raus. Es reicht mir echt hier. Verdammte Scheiße, ey. Das ist die vierte Aufzeichnung, die ich mache. Immer wenn ich den Schrank aufmache, fällt das raus. Das ist alles. Ich mach vier Tage nur. Vier Tage Aufzeichnung. Das reicht mir echt, ey. Ja, einmal, ja. Danke. Das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße. Da kommt Räummann. Karolin, knie dich hin und leck. Es gibt nicht viele Sachen, die mich aufregen. Das ist ein wundener Punkt. Ja, vielleicht ist das so. Nee, wie but ist das ... Das ist die Scheiße. Ja. Videos.